Musik ist aus komplett. Hä? Hahahaha Okay, jetzt war ich gerade überrascht, Alter. Der Dudelsack hat, haben sie Dudelsack rausgeholt? So warte mal. Ich fahre einfach da nach hinten in den Busch rein. Oh Gott, wir haben 9er! Iiiiih! Wir haben 9er! Iiiih! Wo ist der andere Sack überhaupt? Der ist im Garten, der andere Sack. Guda! Das heißt, warte mal, ich darf gar nicht wahrscheinlich hoch, wenn wir einen 9er haben. Und ich will direkt hier in den Busch hinter mir. Kannst du machen? Muss nur gucken, dass ich in mein, äh, was? In mein Programm komme. So, äh, jetzt gucken wir mal. Wo ist sogar Eroberung? Hier bleibst du, äh, ich wollte gerade sagen. Oh, 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 oh. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Oh, komm, komm. Nein! Ja, es ist gut. Ich hab schon gewusst, warum ich mich in den Busch gestellt habe. Ich hab schon gewusst, warum ich... Das ist nur Zweifel. Komm, 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 lad nach, lad nach, lad nach! Komm! Puh! So, die treffe ich... ...nicht wirklich. Oh, wir preschen die doch einfach rein. Die sind richtig dumm. Wieso preschen die einfach so rein? Komm, zwei Sekunden noch. Zwei Sekunden noch. Wo geht die Kack-Mumpel hin? Wo geht die Kack-Mumpel hin? Das ist ja richtig Mumpitz. Das ist richtig Mumpitz, wo die Mumpel hin ist, ne? Warte mal, krieg ich den Kleinen hier? Nee, treffe ich nicht. Oh, voll aufgedeckt. Ich bin noch nie bekloppt! Ich bin weg! Komm, ich war kreuzweise! So, hier bleibe ich! Pam, 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 pam! Sieht erstmal ganz gut aus. Oh, den treffe ich nicht, aber... Den... Na, willst du den nicht aufdecken? Ruö! Ruö! Oh Mann ey, komm! Zieh, 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 zieh! Zieh runter! Komm! Na, Gott, das gibt's doch nicht! Die, die, die Ebene, ne? Durch die Hügel, ne? Das so schwer, die, oh, dort ist net.. Team, lauf! Okay, okay, so viel zu lauf. Warte mal, den seine Kette ist runter, oder? Sie haben gehört, ob seine Kette runter ist. Wo fliegt denn die hin? Kannst du machen? Ah, ne, das hatte ich ja schon. Wo fliegen die Mumpel von dir? Das ist richtig Mumpel, so wird die Dinger gerade hinfliegen, ne? Hast du das gesehen, Ophelia? Ist gerade richtig lächerlich, ne? Äh, treff mal, du Vogel! Ja, das ist auch das den Kackhugeln, Mann. So stehen, ja. Guck dir das an! Wo die hinfliegen! Guck dir das an, wo die hinfliegen! Jetzt kannst du die Sonne kloppen gerade! Die scheiß Kugeln, das kannst du richtig in die Tonne kloppen gerade? Oh, der ist gut. Oh, okay, ich hab, oh, okay, ich hab Betäubungsschaden gekriegt. Nice. Der will hier gerade hoch. Dann, bam, bam, bam. Ich hab mir einen Betäubungsschaden gekriegt. Komm, neun Sekunden noch. Oha, wir haben ein ganz anderes Problem mit dir unten. Okay, bleib einfach stehen. Ich muss einfach draufholen. Oh, ich glaube. Bam, bam, bam. Mal den, den Jagdpanzer hier noch. Problem sind unsere Leute. Guck mal, der geht nämlich auch runter. Warte mal. Ah ne, der bleibt da. Komm, komm. Hau ab, flieh, flieh. Komm, flüchte ruhig. Der will nicht flüchten, ne? Äh, und ich... Die müssen... Ich kann aber nicht hier ordentlich reinschießen, ne? Ich steh'n hundertprozentig. Hier so irgendwie. Das Problem ist ja, die müssen hier runter. Ja, da musst du halt rein, ne? Bam, ba, dam, bam, bam. Das ist so scheiße, die zu treffen gerade hier. Natürlich bleibt jetzt stehen, ne? Oh, yes! So, dann Grey, neue Klingeltonen. Ja, gut, ne? 18 Sekunden haben wir noch. Da, 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 schnapp dir den! Komm, 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 komm! Yes! Nein, 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 das ist ein Dinges. Oh, er hat mich gekillt. Oh, er hat sein Leben geschossen. Macht er jetzt so? Oh, er hat sich wohl aufge... Oh, f***! Ja, gut! Ja, bitte, gute Stopp! Was macht denn der Heavy da hinten? Was macht denn der da? Ja, gut, der hat vorhin aufgeräumt. Ich habe extra gewartet, weil es mich... Ja, gut, da war ich... Eigentlich meins Gras. Ja, gut, ne? Richtig gut, Heavy, ne? Weil, Heavy muss ja eigentlich ins Geschehen. Das ist ein Lin-Noop! Ich glaube auch, ich glaube auch. Guck mal, jetzt regt er sich auf. Guck mal, jetzt regt er sich selber auf, weißt du? Wie geil ist das denn? War doch eigentlich ein ziemlich gutes Kopf-an-Kopf-Renne. Also, halt durch die Hügel habe ich halt so scheiße getroffen, ne? Teilweise. Das war das einzigste, das einzigste Ding, ne? Aber das ist ein Neuner. Was ist... Na, eh, ein Neuner ist von den Gegenden noch am Leben. Wenn er den rausnehmen kann, instant, hat er eigentlich so gut wie gewonnen. Ja, will ja nichts sagen, aber die Katze hat gerade versucht, Toria zu greifen, weil... Was? Ich habe Angst! Da unten, ich habe... Ja, das ist der Neuner! Natürlich, der Abfaller! LMO! Ja, ich denke auch! Go get it, boy! Ich muss eigentlich nur noch warten. Theoretisch. Fourshot! Nanda? Au! No! Das war ein Autoloader! Das war ein Borask! Das war ein fucking Borask, Mann! Ja, bringe ihn um, Kater! Ist schon passiert. Ja, gut, ne? Blüm! Alles über Basen! Was? Basen? Tausend Punkte? Eigentlich gesagt. Ja, gut. Ja, guck mal, 3 von 5 Fahrzeuge haben wir beschädigt. Das war nicht gewonnen, aber ich würde mal sagen, war ein anderer Auftrag eigentlich. Aber Toria, mal eine Frage, wie hast du? Sounds reingemacht in den BOT? Äh, ich habe mir den Goodarmot einfach geholt. Guck mal. Oh, nein, nein, von... Oh, jetzt Britannia. Ich habe keine passenden Fahrzeuge, hä? Gut, ich habe keine passenden Fahrzeuge. Nicht verfügbar. Alles ist nicht verfügbar, die scheiß Quests willst du verarschen? 50.000 Damage müssen wir machen. What? Katzeli, setz gerade sein. Tobi, setzt Ausweichen ein und ist erfolgreich. Wo gibt es keinen BOT-Workshop? Hä? Äh, das ist, äh... Nein, 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 du hast direkt eine Website dafür. Du hast eine direkte Website dafür. Auf Steam gibt es das Ding nicht. Ich habe den ja gedownloadet, den GudaMod. Muss mal auf, äh, YouTube einfach Hololive eingehen mit, äh, VOT zusammen. Da findest du ein bisschen was. Aber das meiste ist für Blitz. Ich glaube, es gibt nur zwei Soundmods für, ähm, für VOT, für die Standard-VOT. Alles andere ist für Blitz halt, ne? So, Standard-Gefecht. Jetzt will ich mal ein bisschen Damage sehen. Oh, ich, du, du, sooom mal ein bisschen raus. Habe ich ein bisschen eine Erhöhung oder so? Nö. Okay, hier wir gehen. Bala. Äh, falsch Richtung, da lang. Bambam, bam, bam. Ich würde zwar bis dahinter fahren, aber... Wäre vermutlich auch besser, glaube ich. Ich werde wahrscheinlich meinen ersten Schuss erstmal ansetzen. Von hier. Wenn ich meinen ersten Schuss erstmal ansetzen, dann fahre ich hoch, wo die andere Art hier ist. Richtig schlau ist, wenn ich hier die Dünen nutze und nicht direkt in die Stadt fahrest. Oh. Komm. Ah, wäre jetzt schön gewesen. Guck mal, guck mal. Haben wir eigentlich wieder, da war nur acht da, ne? Oh, da unten ist ein Jagdpanzer. Kriege ich den? Puh. Puh. Könnte ich eventußer kriegen. Oh, der kommt doch hoch. Bleib da oben nicht ab. Ja, natürlich ging es viel zu weit. Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich habe was anderes getroffen. Ich glaube, ich habe was anderes getroffen. Ich glaube, da war noch einer. Weil normalerweise siehst du sonst die Kugel explodieren. Und die Kugel ist nicht explodiert. Das heißt, äh, ich habe den anderen Panzer getroffen. Und ins Gras gebissen. Oh, oh no, das ist ja sch... Ah, wäre jetzt ein schönes Wesen. Mal... Da hast du Dingens... Und irgendwie hängt mir mein Maus hier so komisch kacke. Oh, da ist ein Heavy, da ist ein Heavy. Oh, ich glaube, der ist so ziemlich im Eimer hoch. Ja, friss! Nein, der ist schon tot! Ey, das gibt es doch nicht. Warum, Mann? Ich wollte auch noch mal einen Treffer, Mann. Das geht gerade richtig gut. Warte mal, das... Ach, das ist halt... Ja, gut, schon im Eimer, okay. Denkst du, ich komme zu irgendwas? Oh, der ist schon raus! Ah! Der ist in deinem Berg. Oh! Oh, Artie! Oh, daneben, hä? War das ein Abpraller oder was? Ich hoffe, der ist noch nicht gefahren. Da war noch eine Artie. Äh, du sag mal, dein Kopfschmuck soll das Federn darstellen oder was genau? Frage ein, Freund. Hust, hust! Aber es sind auch Federn, ja. Und es ist auch gleichzeitig eine Tiara. Man kriecht ihn da. Ne. Oh, da ist die andere. Sind jetzt beide da? Das kannst du mir doch nicht antun, Mann. Immer bevor mein Scheißschuss ankommt, oder was? Das ist ein ganz anderes Problem. Ja, ein ganz anderes Problem. Ja, genau, genau. Jetzt denke ich mir auch gerade. Warte mal, ich schieße einfach mal hin. Oh, jetzt verpisse ich mich! Rotiert sich das, danke! Oh, natürlich nicht rotiert. Oh, Gott. Gib Gummi! Oh, Leute, wir haben drei Arties! Leute, wir haben drei Arties! Ne, Jurik, willkommen! Ich habe Kette gehört. Ja, genau deswegen nehme ich gerade die Beine in die Hand. Genau deswegen nehme ich gerade die Beine in die Hand. 5000 Punkte einlösen, dass du dich nicht mehr was bewegen darfst. How about no? Mach gerade Flüchtikus Maximus! Außer deinem, wenn du das machst, das muss ich so oder so ignorieren, weil in dem Game wirst du sonst gemeldet und ich habe keinen Bock, wegen so einem Scheiß da mir ein Band zu kassieren. Nein, 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 nein. Ey, ich war gerade richtig nutzlos in dem Game, Alter. Ich habe kein Damage! Ich brauche doch nur 15.000 Damage, Klammer nur! Schaffe ich das überhaupt in der Woche? Boah, der ist schon tot, oder? Ich treffe dich nicht mehr von hier. Irgendwie gibt es scheiß Bergen hier. Wie weit muss ich denn noch weg von dem? Oh, ey, Winkel und so. Winkel! Die Macht des Winkels! Oh, warte mal, da ist die Artie. Das gibt's ja nicht! Das wäre ein Freundstreffer gewesen! Ey! Warum, Mann? Ey, verarschen kann ich mich selber! Jedes Mal! Jedes Mal, oder was? Ich komme einfach nicht weit genug dahinten, dass ich einen scheiß Winkel kriege, ne? Das ist verletzend, Mann! Anscheinendlich! Ey, genau jedes Mal, wenn ich draufziehe, kommt einer vor mir, killt den Fupp weg! Ey, aber wirklich, mein Ding kommt zu der Billisekunde später! Boah, schade mich selber! Das ist richtig frech! Das ist ultra frech! Ich hab sogar noch übelste, ja, eigentlich. Ach, egal, hier wird multipliziert. Warte mal, warte mal! Mal hin, Gefecht hier, ey! Geh heulen! Geh selber heulen, Alter! Wisst ihr, wie frech das ist? Jedes Mal! Jedes mal, gegen mal! Sooo... Also willst du rein, hast du schon gestartet, oder was, Jurik? Hm, eigentlich müsste ich ja mit der Mathilda fahren. Was ist das, du hast du einfach amerikanisch? Äh, nun, da ich das Problem kenne, heule leise! Ja, weil, ne, das ist echt, jetzt nütze ich jedes Mal, aber wirklich jedes Mal, jetzt, ne? Äh, erstmal VOT mit Twitch verbinden! Na dann! Oh, dann mach ich schon mal einen Zug. Laps! Gucken, ob wer schon online ist. Tatsache, ist er schon. Hey, wo bist du? Du holle Sucke! Wup, 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 wup! Dann kann ich ja in der Zwischenzeit noch mal bei den Aufträge... Äh, Aufträge, da. Du, 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 du! Äh... Hier, für die ganze Scheiß-Quest keine passende Fahrzeuge, würdest du mich verarschen? Seid ihr habt 5 Marken. Seid ihr die besten als Spieler des Teams bei Parameterfahrung, Fahrzeuge, keine passende Fahrzeuge, würdest du mich verarschen? Bist du... Aber erst ab Stufe 5, oder was? Erst ab Stufe 5 solltest mein Discord kommen! Stimmt, da war ja was. Da war ja was! So! Hallöchen! So, Alter, bist du fett, Alter! Ich muss hier erst... Oh Gott, jetzt muss ich jetzt mal runterregulieren. Also, wie mach ich das jetzt so? Äh, Ray hat's doch schon gemacht. Bei mir, ich bin ja auch schon automatisch draufgekommen durch, äh, durch meine Twitch-Drops, durch das aktivierende Drops. Hey Ray, was geht? Hallö! 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 Geh mal auf Twitch, dann geh auf dein Profil, oder auf das Ding von Todi und drück mal auf die Zeitanzeigen. Zeitanzeige? Da wird dir das, da wird dir das, da wird dir das, da wird dir das, da wird dir das für die Zeitanzeigen angezeigt. Mal Aufträge, warte mal, ich guck mal, ich guck mal wegen Panzer. Hä? Hast du? Das ist schon längst abgelaufen, die Nachricht bei mir. Du kannst trotzdem auf die Zeitanzeigen gehen, oder nicht? Der Ding ist Stacker und... Ich hab keine Zeitanzeige. Oder was willst du von mir, Ray? Dann geh mal auf dein Profil. Warte mal, ich muss mal in den britannischen Forschungsbaum gucken. Äh, ich schiebe bei dir Drops und Belohnungen. Bei den Briten. Wenn du auf den Charakter draufzuholen... 3% Fortschritt steht da. Hä? Ja, weiter. Bist du? Dann solltest du ja auch weiter zur Seite kommen, ja. Bei dir verknüpft es... Du weißt du was, weißt du was, ich guck mal, warte mal. Äh, nee, nicht Forschung, Aufträge. Verknüpft, dann wirst du gesendet auf die Seite von denen. Ja. Der Garage. AEC Armut Car. Oder auf dein Profil, da oben. Ja, bin auch direkt drinne. Mit meinem Namen, ja, warte. Ja, 057, ey. AEC, AEC, muss ich mir merken. AEC, Stufe 5. Wenn der da, wenn jemand die Klappe halten könnte, könnte ich nicht verstehen, Ray. Ja. Bei Account Management, unter deinem Namen dann. Also wenn du auf Profil gehst, dann steht der Account Management. Da musst du draufklicken und dann wirst du intern auf die Reitigenpaktung, die du verbinden kannst. Mit Amazon, Microsoft und alles andere auch. Kann ich mir draufklicken. So, Alter, muss ich... So, Alter, wir müssen uns für die Briten die Scheiß erstmal freischalten. Um die Quest weiterzumachen. Und Bara. So, Ray, bist du doch schon drinne? Da ist er. Komm rein. Muss ich erstmal den Scheiß bestätigen. Na. Alter. Hm. Was ist denn, was spielen wir hier? Äh, vermutlich sollten wir mit 8e fahren, oder? Weil da wird sich am meisten Sinn ergeben wegen den 15.000 Schaden, oder? Was für Schaden? Wir müssen 15.000 Damage machen. Hier, Medium. Einen Moment bitte noch. Ich ging grad noch. Halt da, wir haben auf, dir ständig diese Scheiß Werbung dazwischen zu klatschen, ne? Werbung! Halt da. Nee, GMX. Ja, vorwärts Britannia. Das erste kann ich machen, lustigerweise. Gegen der Fahrzeuge bestehen, oder kann ich das erst danach? Oh, mit dem Churchill! Leute, wir müssen mit Stufe 5 fahren, sehe ich. Wir müssen schon mit Stufe 5 nehmen, mit dem Churchill. Ah, ich bin gerade jetzt. Äh, vorwärts Britannia ist das. Da können wir den zweiten Quest auch noch mit nebenbei machen, sehe ich gerade. Ja, weg dir. Ich kann nicht aussehen, wenn die da drin sind. Ja, warte, warte. Äh, hab Twitch verbundene. Weil der Churchill zählt. Du musst gucken, was du für vorwärts Britannia 2 auch brauchst, für Fahrzeuge. Guck mal, man zählt das dann. Ich hab kein Britannia. Ich hab was Wort, kein Britannia. Warte mal, man zählt das dann auf den ersten auch. Juh, zählt auf den ersten. Auftrag nicht verfügbar. Was? Auftrag nicht verfügbar. Ah, der ist noch nicht verfügbar. Ach, die, ah, die sind noch nicht, die sind noch nicht freigeschalten. Teilweise. Ne, ich hab, ich kann auch, ich kann auch, ich kann auch, ich kann auch bis oben links den machen, vorwärts Britannia, was haben wir denn denn? Ja, gut, dann, 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 dann nochmal zurück, weil ich hab gedacht, da können wir beide jetzt gleichzeitig machen. Also dann gehen wir wieder auf Achter. Also ich kann, ich kann, ich kann, einer, was seid denn das jetzt, ja? Ja, was? Jetzt hört doch mal auf, ich werde nicht irgendwas zu machen, ich will ja erst mal gucken. Nein. Nein. Also, mir zeigt's an, dass ich mit der SUU reingehen kann, mit dem TS54 kann ich rein, mit dem Skoda, ach nee, du machst jetzt nicht scheiße wieder, mein Fehler gerade. Junge, was ist dein Problem? Hä, was los? Mein, was ist mein Problem? Hä, was willst du von mir? Hey, Tori! Hä? Was soll los sein? Du musst das passende Fahrzeug auswählen, du kannst, ich geh jetzt mit der SUU rein. Mal, mal, ne Garage anzeigen. Gib dir gleich Garage, Junge. 8, 8, 8. Warte doch, ist doch, hat er doch, hat er doch, taktische Einheit, hat er doch. So. Ist doch keine taktische Einheit, ey, Junge. Kriegst du eine taktische Einheit, ne Sonde? Du kriegst du auf Arbeit gleich eine geklatscht heute Abend. Guck mal nicht erst mal um deine Wäsche. Hä? Das ist das geringste Problem. Ne. Warum Wäsche? Warum auch mal Wäsche? Weil ich große Maschinen habe, wo die Teile, die produziert werden, durchgejocht werden. Die werden gewaschen. Das ist eine Teilereinigungsanlage. Ja. Davon habe ich drei Stück. So. Zum Zeppelin, oder? Was willst du Zeppelin, Junge? Ich geh zum Zeppelin. Alter, Junge. Du bist doch hier der Progetto. Ne, ne? Guck mal, wir haben drei, vier Stück. Guck mal, wir haben drei Stück. Let's go. Let's go. Alter, mach eine Ambulage. Ne. Ray, du bist da hier oben auf den Hügel, oder was? Ne, eigentlich schon. Plops. Wir snipen ja schön, so bam, bam, bam. Oh, ein Heavy kommt wenigstens mit. Wie sagst du, ich hab einen Tweet angeguckt, Tobi. Ne. Muss ja wohl Henschi dann eher sagen. Ich glaube, der braucht einen 3x3-Meter-Spiegel. Damit er sein Gesicht überhaupt sieht. Ne. Oder was weiß man jetzt zu, Ray? Lass mich weg. Lass mich weg. Lass mich. Oh, fuck. Das sagt halt einiges. Ich mach da scheiß Sack, ey. Der hat sich genau hinter mir hin. Ne. Da fällt mir ein, der Hügel ist eine scheiß Idee. Ach, echt? Du hast fast keine Verteidigung. Geh mal lieber auf A1, Ray. Ich geh doch nur weg von diesen Eintypen, ey. Ich will zurück, ey. Fucken, schnell gegen mich weiter. Oh, da ist schon ein Baum gegefallen. Ich hab, Alter, sind... Oh, well, da geht's nicht durch. Hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf. Stopp, 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 stopp. Ich geh von der Seite nicht durch. Fuck. Ja, voll in die Fresse. Das ist hier keine Sorge. Ne, aber, Mann. Also, ich hab jetzt schon mit dem ersten Schuss 558 pro Schettung und nur noch lebend gehabt. Ach, der ist schon tot, Kai. Warum er sich den Kick geklaut hat, ist in Ordnung. Okay. Ja, gut. Jetzt geht's ja erstmal nur um Schaden verursachen. Auf jeden Fall, da hinten irgendwo einer. Ach, schüch, was ist mit dir los, Junge? Ich bin weg, aber auf den Kopf gesitzt. Ja, haut erstmal, Kopf ein, Junge. Da hinten waren irgendwo welche. Ja, Tori, wie geht's denn da? Du bräuchst den. Haben wir überhaupt ein Leid? Ne, haben wir nicht. Ja, doch, haben wir. Oh, wir haben ihn. Wo ist der? In der Mitte da. Ich seh's. Da, wo du nicht bist. Ich glaub auch. Oh, das ist der Dicke. Mann, der ist wieder hinter dem Scheinberg. Geh raus. Du bist ein Messer, komm vor. Das ist ein Mögel. Außerhalb der Reichweite, leider Gottes. Äh, what? Der wurde gewonshottet? Der Helfer, oh, was the fuck? Wie soll der Helfer ziehen? Ja, der ist weg gewesen auf einmal. Schenk mal, der hat ordentlich kassiert auf einmal. Ja. Deswegen, ja, ich hab da extra in gepinkt, Mann. Ne. Ja, die sind, die haben sind sonst da wo. Ui, natürlich wurde er gedeckt. Alles klar, alles klar. Oh, ja, genau. Genau, und tschüss. Ey, ich bin genauso aufgegangen gerade. Alter, von allen Seiten. Wie schnell der weggegangen ist. Alter, das war ja ein Witz, Mann. Das war ja ein richtiger. Ach, du Heilige. Ne, geh mal weg. Was zur Hölle, Mann. Ja, gut, Damage machen am Arsch. Das war ein Falltreffer. Ich wusste schon nicht, wo. Oh, Alter. Oh, cut runter. Du, war weg. Ihr kriegt ja wenigstens nur 200 Damage. Ich hab gleich instant 500, 400. Ich hab noch kein eisigen Schaden bekommen. Ich bin so froh, ey. Ich bin aufgegangen, war tot. Das war instant. Ne, ey, das. Das ist ein fesse Büsch, ey. Ne. Das ist ein geländiger Büsch aller Zeiten. Ja, das ist, ey. Das ist geil, die Büsch. Ich war instant wieder aufgedeckt. Ach, du heilige Scheiße. Ey, ich hab einfach nur von vier Seiten Anschluss bekommen. Ja, so ging's mir auch. Gerade Sachen, wie ein kleines Projekt bestellt. Oh, nice. Ja, wie du siehst, mit Damage machen wird nicht so schnell. Also ich bin instant geplatzt. Los, Jörig. Töne, die viele Leute, die wir hier umgebracht haben. Ja, ja. Hallo. Alter, Alter, was machen die eigentlich da beim Zeppel? Nee, der 20er ist gut. Mir muss ich selber aus der Zeppelinie rausfahren. Zwei von gut, vier 46er. Das sind zwei von Dich. Ja, da ist auch so hier, ey. Was ist das, Navix? Oh, Abpraller. Ich würde mich mal TS5 rückwärtsgang. Oh, nur zackig. Okay, aber das ist gut zu wissen. Wir können uns, was, wo waren die da? Warte mal, was ist das? Äh, K9 irgendwie unten. Mh, K9 waren die. Von da kannst du richtig krass in die Zeppelinie rein snipen. So, der Ende ist schon mal down, der dich eingefassen hat. Right. Welcher denn, der 26er, der da oben ist? Der oben lebt? Nee, der Medium, der da oben war. Der ist doch immer noch ein zweiter. Der einfach hinter dem Zeppelin warten soll. Und dann eine ruhige Chill-Pille. Und ein Kumpion G von irgendwo. Deswegen auch immer bin ich trotzdem auf Platz 9. Ich weiß nicht warum, aber war ich. So lange der Heavy dann hier hochkommt, kann ich ihn nicht anschließen. Der Heavy wird dann hier hochkommt. Der kämpft gegen den Victor. Fump, oah. Komm, 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 komm. Bleibt einfach einer. Ja, genau. Keine Chance. Ich werde gerade richtig überrannt. Von der Innenseite. Oh, der hat direkt geschossen. Geht hier ab. Hä, was machen die? Ringe, woher war sie? Warum drehst du dich nicht einfach, um von so zu... Alter, was macht der denn? Was macht der denn? Der dreht nicht, das ist sehr langsam. Ja, aber der hat sich einfach nur drehen müssen. Der hat von so vorwärts zu fahren. Wenn er nicht wie normal gedreht hätte, hätte er das nicht geschafft. Oh, Mann, ey. Der dreht sich nicht, die Hände nicht dichter. Ich habe schon mal 2.000 Schaden. Und hier? Null. Ich bin zufrieden. Nee, kannst du vergessen, ey. Fährst du deine Routestücke vor? Weißt du mal, der Dings? Könntest du versuchen, vor dem Zeppeli zu platzieren? Nö. Okay. Ja, tschüss. Ich wollte gerade schießen. Ja, ich habe es gesehen. Aber ich habe 2.500 Schaden, das reicht. Nö. Und ihr so? Null. Immerhin, immerhin. Nö. Alles besser als Tobi. Das ist auch Sache, ne? Immer so klein. Vor allem, wie die sich positioniert haben, weißt du? Was hast du gestern gemacht? Ne, Witterstuhl. Gut. Das war mein einziges Ziel. Aufgaben, wenn wir Witterstuhl haben. Oh, tschüss. Wie, jetzt der Händchen hat das auch schon mega, Dirk? Ne, ist wirklich nicht. Achso. Alter, ne. Wurde aber eliminiert, so. Ja. Aber die andere Seite war auch besser, eigentlich. Ja, der Zeppelin war sch... Du darfst nicht vor den Zeppelin fahren, wenn du... Ich habe da ja einen Baum gefallen sehen. Wollte eigentlich noch nicht so weit raus. Wollte halt nur gucken. Bin zu tot. Fumm. Das war ja nicht mal mein Baum, ne? Das war ja nicht mal mein Baum, ne?